Hallo und herzlich willkommen von Rocket League Cup VGW, guck mal rein was heute Neues gibt, los geht es. So. Wir haben einmal die Lackierung auf dem Auken, okay, Fiske Spinner Lackierung. Alka-falka, Fiske Spinner Lackierung vor 700 Rocket League Coins. Ja, die Lackierung ist schon mega geil, kann ich auf alle Fälle empfehlen, ist eine Fiske Spinner Lackierung. Ja, wer noch Fiske Spinner kennt, der weiß, was das ist. Und ja, vor 700 Rocket League Coins bei Fikar Gang Shop, mega geil, Giga Lackierung, feier ich. So, dann weiter geht's, dann haben wir noch hinten nach Auge kommen, vor 200 Fieber Treppe auf Fikar Gang Shop. Dann gucken wir mal in täglichen Shop. In täglichen Shop haben wir Giga Auge Reifen, die ein bisschen labermäßig animiert können, vor 700 Rocket League Coins. Aber, nee. Die Animationen gefällt mir nicht so gut, hätte ich mir mal mehr animieren können. So, weiter geht's. Dann haben wir hier noch Giga Auge Animationen, wo die Auge auch eingeschoben wurden. Und das vor 200 Rocket League Coins ist ganz schön teuer, meine Meinung nach. Hicke will ja gerne kommen. Weiter geht's. Dann haben wir noch Giga Auge Reifen in Rot, vor 200 Rocket League Coins. Dann haben wir hier das Namenshilfe, was angeht mir vor, Geil und Rocket League Coins. Dann kann man hier noch. Dann haben wir immer noch Giga Event, das geht noch 8 Tage. Dann haben wir noch Giga Event, das geht noch 7 Tage. Dann haben wir noch das Fußball Event, das geht noch 6 Tage. Dann haben wir hier immer noch Giga Paket, ist immer noch Rundgeist, vor 600 Rocket League Coins. Von 1000 Rocket League Coins, Rundgeist, auch für 600 Rocket League Coins. Dann haben wir hier immer noch Giga Band, ist die beiden noch eingeschoben, die ich gerade habe. Dann haben wir noch Giga Giga Paket, vor 4,50 Euro. Dann haben wir noch Giga Paket, vor 18,99 Euro. Und das war auch mal wieder mit dem Rocket League Shop Video. Lasst ein Abo gar, lasst ein Daumen nach oben gar. Und kann euch dieses Video ganz gerne, wenn ihr es immer wieder macht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.